Musik Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im Allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wollen wir miteinander den ersten Tag der Hingabe Novene beten? Gebt euch ganz mir hin. Warum lasst ihr euch so leicht beunruhigen und verwirren? Überlasst es mir, mich, um eure Angelegenheiten zu kümmern und alles wird sich beruhigen. Ich versichere euch, dass jeder Akt der aufrichtigen, blinden und vollkommenen Hingabe an mich das bewirkt, was ihr ersehnt und eure donnervollen Situationen löst. Sich mir hingeben bedeutet nicht, sich den Kopf zerbrechen, sich beunruhigen und verzweifeln, um dann ein erregtes Gebet an mich zu richten, damit ich das tue, was ihr wollt und ich so die Aufregung in Gebet verwandle. Sich hingeben bedeutet, die Augen der Seele ruhig schließen, sich von den quälenden Gedanken abwenden und, damit ich allein wirke, sich mir überlassen, indem ihr sagt, sorge du. So wollen wir jetzt miteinander diesen ersten Tag der Novene wieder beten. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sarge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sarge du. 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 Oh, Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Oh, Jesus, ich gebe mich dir hin. Sage du, oh, Jesus, ich gebe mich dir hin. Oh, Mutter, ich gebe mich dir hin. Oh, Mama, ich gebe mich dir hin. Sage du, oh, Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du, oh, Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du, oh, Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du, und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.